Heute gibt es eine ganz krasse Aussage, und zwar einmal Fett, immer Fett. Du bist einmal Fett und kommst Fett auf die Welt, du bist als Kind schon Fett, als Jugendlicher Fett und du bist als Erwachsener im frühen Erwachsenenalter Fett, du wirst immer Fett bleiben. Diese Aussage gibt es. Stimmt diese Aussage? Also ein kleines Vorwort dazu, ja klar, es gibt Menschen, die kommen auf die Welt und haben halt leider Gottes energetische Mitgift von ihren Vorfahren, Eltern, Vater, Mutter, Oma, Opa, wir sind hier ein Pool von verschiedenen Genen, und da kann es schon sein, dass es Menschen gibt, die natürlich eben ein bisschen ein sogenanntes Energiesparmodell sind. Ihr kennt diese Bezeichnungen bei den Waschmaschinen zum Beispiel, da sind eben so grüne, drei grüne Punkte, vier grüne Punkte drauf, oder das Gala mit ganz grün, manche mit leicht orange, und das ist eine Auszeichnung, wie viel Energie braucht dieses Teil. Und diese Auszeichnung gibt es auch bei Menschen. Es gibt Menschen, die haben von Natur aus einen sehr sparsamen Stoffwechsel. Es sind Menschen, die eben einfach mit Energie anders haushalten, wie andere, und die neigen dazu, schneller für mich zuzulegen. Aber allein dieser genetische Mitgift ist es definitiv nicht, zumindest bei 99% aller übergewichtig nicht, sondern da ist es auch wieder die Kombi aus zu wenig Bewegung und natürlich einem falschen Essverhalten, entweder von den Eltern vorgelebt, vom sozialen Umfeld vorgelebt, oder auch selbst anerzogen. So, wenn wir natürlich einen trägen Stoffwechsel haben, von Natur aus, in Kombination mit einem sehr schlechten Essverhalten, sehr ungesunden Essverhalten, Pizza, Fastfood, Cola, Bier, Wein, Süßigkeiten und so weiter, in Kombination mit Bewegungsmangel, dann kann dadurch natürlich ein extremes Übergewicht entstehen. Dann ist aber nicht so, dass es heißt, einmal Fett, immer Fett, sondern es liegt daran, dass zu viel Gewicht vorhanden ist, auch zu viel Fettgewicht, weil eben Bewegungsmangel vorhanden ist und weil eben das Ernährungsverhalten nicht funktioniert. Also haben wir jetzt einen Menschen, der dieses Szenario hat, diese Grundveranlagung hat, dann muss ich eben in diesem Fall mich vermehrt bewegen. Aber oftmals ist es so, dass wenn ich so ein Ernährungsprotokoll mache, auch an einem Nessebogen, stellt sich genau bei den Personen raus, dass sie sich sehr, sehr wenig bewegen, manchmal gar keinen Sport haben, den ganzen Tag im Büro sitzen, den ganzen Tag vom Rechner sitzen, den Fahrstuhl benutzen, das Auto fünf Meter vor der Tür stellen und die Freizeitgestaltung auch für den Bewegungsarm ist. Und dazu kommt eben ein krasses Essverhalten, kein Frühstück zum Beispiel oder es ist der Restfrühstück, Zwischenmahlzeit, Fastfoodmittags, Cola, Fanta, Eis, Pizza, Pfennnudeln mit Sahnsoße, die ganzen Sachen kommen dann zu und dann haben wir natürlich ein Problem. Und genau deswegen gilt für mich diese Aussage überhaupt nicht, einmal Fett, immer Fett, zumindest beim größten Anteil bei denen, die nicht krankhaft eine Schüttelungsunterfunktion haben sonst irgendwas. Da gilt das nicht, sondern gilt nur eins, dass ich eben, dass diese Menschen keine Rücksicht ehmen auf ihre individuelle Stoffwerksveranlagung. Deswegen Freunde, immer Fett, einmal Fett, immer Fett gibt es nicht. Alles an der Frage des Verhaltens im Bereich der Ernährung und im Bereich der Bewegung. Falls ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir die Unimim-Bemerkung rein, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann schreibt sie bitte in die Bemerkung und ich werde gucken, dass ich dann in Zukunft, in naher Zeit dazu genau noch Infos liefere. Das war es wieder zum Thema Fitness over 50, heute mit dem Thema einmal fett, immer fett stimmt nicht.